Was war das für die Hygienestandard? Ich weiß, dass ich wieder hierher kommen werde, irgendwann sind die oberen Zähne dran und dann bin ich wieder hier. Was mich auch beeindruckt hat, ist, es wird hier nicht in irgendeiner Art und Weise gewertet. Man ist hier Patient und man ist, wie man ist und das wird jeder gleich behandelt. Und dann muss ich sagen, es ist natürlich ein Wahnsinnsaufgebot an Technik, das kenne ich aus meinen Zahnarztpraxen, die ich vorher gehabt habe, auch nicht. Vielen Dank.